Ja, danach halt. Okay, äh, jetzt spiele ich. Alter, jetzt ist jemand der Fettsack, oder bist du das? Nein, nicht. Äh, jetzt spiele ich wohl. Keine Ahnung wie ich spielen soll, das ist echt schwer die Scheißentscheidung. Haha, ja mann, ich habe jetzt ein paar mal so den Ares gespielt am Anfang. Oh, das ist ein Ding mit dem Operator. Aber das ist halt, du musst halt, das ist halt ein Tank, aber was halt kein Damage. Das Stör hat mich halt ein bisschen gestört und jetzt habe ich halt so genau das Gegenstück, die Neve, die Prostituierte. Ah, die verträgt halt nichts. Aber wenn du da halt hochgefedert bist, geht die halt übertrieben ab. Äh, äh, wen spiele ich, wen spiele ich? Keine Ahnung. Total unschlüssig. Ist schwer die Entscheidung. Okay, wir haben, da nehme ich einen Krieger. Äh, oder, ja, ich nehme ihn. Aogun. Geht der ab, oder was? Ist so ein Magekrieger, so ein Magekrieger ungefähr. Oh so, okay, nice. Was heißt der? Aogun. Aogun. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Kriegen wir wahrscheinlich richtig auf die Fratze, man. Also ich, ich, ähm, es gibt so die Pro-Gamer und ich bin halt der Feeder. Man nennt mich den Feeder. Ich renne einfach nur die Gegner rein. Nein, ich versuche mich zu verbessern, aber. Feeder ist eigentlich so, das ist einfach Feeden, wenn du jetzt stirbst und getötet bist, kriegen die Gegner dadurch Gold und Level-Ups und können dadurch mehr Items kaufen und dann nur das Level als du. Ja, deswegen, ich feede die Gegner. Das meint, das ist meine Aufgabe. Einer muss den Scheiß ja machen. Ne, ich finde das Spiel auf jeden Fall schon extrem nice. Aber es ist halt extrem schwierig, vor allem am Anfang. Du musst erstmal reinkommen. Ja, du musst halt im Optimalfall auch wissen, was deine Gegner machen und so weiter. Also was die halt machen können und was du dann dagegen machst. Und das ist halt so voll das komplexe Level. Was hat denn der hier für ein scheiß fliegenden Teppich dabei? Ja, das ist halt Aladin 2.0. Aladin 2.0. Nur mit der Schlüsselrolle. Ach, das ist gar kein Teppich oder was? Das ist so eine Rolle. Ja, das ist eine Schlüsselrolle. Das ist so ein Magier. Mit einem Pinsel. Du hast schon ein Lichtschwert oder was? Nein, das ist ein Wasser, also ein Schwert mit elektrisierendem Wasser. Dann gucken wir mal, ob wir hier was gebacken kriegen. Oh. So, ich bin zurück. Und er nimmt es oder eben 3 mal halt. Dann würde ich jetzt schon Lendis go. einfach nur nicht sofort ruhig drauf gehen warte erstmal bis alle auf einen einen drauf gehen ich komme jetzt und rack alle ok ich mach das komm willst du sehen? oh nein ah ist ein hp das ist mir gesnackt so ich komm, ich rack und ich geh wieder ich sag so du musst einfach ein bisschen aufpassen ja am anfang ist richtig räudig da machen dich ja schon fast die minions blatt das ist aber auch mein problem ich konzentriere mich dann so auf die minions und achte gar nicht was außen rum passiert und dann werde ich auf einmal so übel auf einmal steht so 5 um mich rum so so what the fuck oh oh ho nice try oh da ist dieser kranke der doch so finishen kann jeden Talotas ja oh der racked komm her oh nein es muss viel Spaß in der Laufzeit zu bleiben hier Mist Mist hallo bist du Colin wow ja nice das war jetzt wieder Weltklasse oh der holt mich der holt mich der Mongo alter ja ja richtiger das war gerade so der Klassiker ich wollte den unbedingt noch haben man ich wollte den unbedingt noch haben und dann renne ich so voll in die Menge rein man mach ich immer auch 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 wenn ich egal was die Rache ich spiele auch die Gäste ich habe ich immer drauf und es klappt immer meistens manchmal ja wenn du regelst und weißt was du machen musst und so dann kannst du da noch richtig was rein klatschen klatschen ich brech dann einfach in Panik aus und sterb und 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 die zieh dir rein dann haha Mama hehehe oh oh guck voll am fieden schon wieder man ja am Anfang sind sie schlimm du 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 ich brauche Geld oh guck aha oh das lang noch bis ich einsteige komm schon goldfarmen komm du 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 nice oh du 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 haha wow nice nein 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 wow der Penner Mann die kacklappen oh oh so warte was ist das ne kack oder was und ich renne voll in die ulti von dem rein oder was phew ich helfe dir ich bin am back gehen lauf oh 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 komm Ich renne immer in diese scheiß Fallen rein, Mann. Der kann eins auf der ganzen Fläche sein und ich renne da garantiert rein, Mann. Oh, hallo. Wie geht's dir? Nein, nein, danke schön. Da zockt er mir den Frag weg, oder was? Wir haben endlich diesen Kill ab. Richtige Hyäne, Alter. Kills sind fast so fiesig. So, wir haben einen Kill. Ja, Mann, ich hab mich schon so richtig gefreut. Eintap. Oh, ich muss weg, 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 lass mich, lass mich. Was sieht's mit Geld aus? Übrigens, jetzt hast du ne Ulti, die 4. Nur ein, wenn die wenig Leben haben. Ja, Mann. Also bei deiner Ulti. Ist ja manchmal voll behindert. Du hast da einen Visier und dann rennt dir noch zum Gegner rein. In dem Moment, wo du abdrückst. Ja, das ist ein A-Bot. Oh, ich will HP kriegen. Denn das ist hier mit Azarath. Das ist Feldmacht, ja. Sunshine. Und dann stehst du Zeitdicht dann. Das ist rechts diese Tanathos-Mongo. Am besten ist einfach Sammler auf einen drauf. Geh nicht mal direkt zu... Richtige Disco. Geh nicht mal direkt zu. Geh nicht mal direkt zu. Jetzt sind das Low alle auf dem. Ja, so ist es halt. Scheiß Katze. Jetzt lass den holen hier. Alter, der snackt sich halt alle weg, Mann. Ohne Witz, Mann. Der snackt so rein, einfach. Ich geh von hinten. Tolles Hinten. Das sieht mich nicht. Egal, ich geh von hinten. Von da hinten. Aber jetzt von hinten. So geht's auch. Siehst du mich? Ja, Mann, da hinten. Voll am Rundschleifen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich beachte dich gar nicht. Nice. Nein. Stapel. Stapel. Oh, oh. Beste Alter. Es kommt echt zu Sneak und kommt damit auch noch durch. Zumindest bei dem ersten. Oh. Hallo. Siehst du, oh, Geld ist am Start. Und stürzt. Nice. Okay, auf wen geh ich jetzt? Auf wen geh ich jetzt? Sag auf wen. Tötet irgendjemanden. Alles in gut. Da! Falscher Fall. Falscher Fall. Wo bist du? Ach so. Aber die Katze, ist das dein scheiß Ernst, oder was? Ja. Richtiger Mongo. Wenn sie ihre Dinge zwärft, sich damit trifft, dann putzt du für ein paar Sekunden. Das ist auch heftig. Und diese Bastard da ist echt nicht OP meiner Meinung nach. Stefan Hoppel, Häschen. Springt heute zurück. Den Skill. T-T-T-T-T. 13, 13. Oh, getroffen. Oh, oh. Ja, das ist 13, 13. Das ist eigentlich total unnötig. Ich kill es wieder. Echt? Darüber reden die Proz. Oh, so. Ah. 3, 65. Wie der Kackwurz. Oh, oh. Lass mal. Ja, dieses Mal habe ich ihn wieder gesnackt. Oh. Lass mal. Zieh dir. Dieser Stun ist um. was extra war, ich brauche das halt. Hahaha. Ich muss es genießen, diese Zeit. Du willst mich doch noch nicht so schlecht aussehen lassen. Hahaha. Oh, da rechts schniegt sich an. Nice Alter, die scheiß Katze, man Ich hol dich jetzt, du Katze Richtiges Miststück Nice Und geht hier Nein Oh, wer eskaliert da? Ja, die Moves, Spaß Okay Oh, das war Käse, ne? Ich würde da wegfliegen, aber Das Ding war nicht fertig, Alter Nein, 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 nein Alter Ich dachte, du hast mich getroffen Alter Das kann nicht aufhören Da war eine Ah, ein Allie hat sich getroffen Ein Allie hat sich getroffen Schwimmer Oh, 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 oh Scheiß Lemmings Hast du eigentlich Autobuy an? Ne Also ich habe Autofertigkeiten, aber nicht Autobuy Ich habe jetzt erstmal den einen, wo mich ein bisschen heilt glaube ich Also ich Und dann gehe ich immer erstmal auf kritische Weil das halt extrem viel vom Schaden aus macht Ich gucke halt hinten, ob ich da einen wegsnacken kann und kriege hier vorne auf die Fresse Da fahrst du, die Ulti Kann ich mir einen Scheiß kaufen? Ein bisschen brauche ich noch Die Ulti geht ja durch die ganze Map Ja, da gibt es schon richtig eklige Ultis Und die Scheiß Katze töten Stürzt Haha Oh, das Scheiß Minion Der ist krank gefeedet, Alter Der Rosenwald Der, der schon kurz gemacht hat Ja, das ist unnormal bei der Du hast, du hast ja fast nichts gekauft Ja, kein Geld Kein Geld So, nächster Item ist am Start Wabachas einziger 11.000 Oder harte 11.000 Der insgesamt Ich hole jetzt Damage Camp Da kommen drei zu dir Oh, das ist langweilig Komm, zieh sie rein Ach man Ach man Okay Das war ja 吩 Ach ma immer Um, ich plane ein geschichts Felix Oh, ich geh weg, geh weg, geh weg Nein NIEMALS! So, jetzt haben wir hier kurz mal reingeregelt, habe ich gehört. Oh, ich renne voll in die Scheiße rein von dem Alter. So lächerlich. So lächerlich. Ja man, ich renne halt voll rein, mann. Kann man nix machen. Doch, nicht reinrennen. Ja, aber kannst hier aimen. Achso, ja, okay, nice. Erfnint Land. Passt, dass nicht gut funktioniert. Oh, dieser Fret, ey, müssen wir drücken. Oh, gezwackt. Wie schnell ist die denn? Wie schnell ist die denn? Wie schnell ist die denn? Nein! Jawohl! Halt's auf! Wow, jetzt ficken die uns aber richtig weg, mann. Das ist ein Rar, Scheiße. Das ist ein Rar. Das ist ein Rar. Das ist ein Rar. Rock it back! Eigentlich... Also es geht auch schon Minus Empower ab, so wenn du stirbst. Ah, okay, mies. Fickt er mich noch weg? Moment. Eine Ulti. Ah, als ob Street-Rack ist so heftig. Fung jetzt weg oder was? Das Stück. Die hat doch hart durch den Carries. Kann man nicht sagen, wo ich gekämpft werde. Aber der fliegt da oben. Nein. Wow, ja, geht's ganz... Alter, die... So schnell kannst du gar nicht reagieren, so schnell bist du da tot, weil die so gefeated sind. Komm, 2-0-0-0. Dann stirb du doch wenigstens noch. Alter! Nur rumjumpen, man. Schade, man. Ein bisschen abgekackt. Fände sonst gar nicht so schlecht aus. Schade, man. Es gab ein paar Wertsch mettre. Ab non, gibt's einfach mal. Drei, mal nicht eher. Okay, Lake. Und jetzt vamos runter.